Ja, ich stehe hier vor meinem energieautarken Haus. Das Haus versorgt sich selbst mit Strom von der Sonne. Man sieht hier zwei Solarmodule, auf der Seite ist dann noch eins auf der Fassade. Die Wärme kommt vom Holz aus dem eigenen Garten. Das Wasser ist sozusagen auch autark, weil es aus eigenem Brunnen kommt und wird mit der Sonnenenergie hochgepumpt. Es ist genug Energie vorhanden, um einerseits den Garten zu bewässern, andererseits zu saugen oder am Computer zu arbeiten, für Licht und so weiter, selbst im tiefsten Winter wie jetzt im Moment. Wichtig war mir bei dem Haus, das doch schon 60 Jahre alt ist, dass nichts weggeschmissen wird, sondern dass viel repariert wird. Einerseits die Regenrinne, die man hier zum Beispiel sieht, die war schon ganz löchrig und modrig. Die habe ich dann gestopft und neu lackiert und man hat nichts wegschmeißen müssen. Und dadurch auch weniger transportieren muss. Und das geht dann ganz einfach mit dem Fahrrad. Ja, wir sehen jetzt ein paar Geräte, die für so ein autarkes Haus notwendig sind. Beispielsweise die Solarbatterie oder Wechselrichter. All diese Geräte kosten jetzt kein Vermögen. Man muss kein Millionär sein, um sich so etwas zu leisten. In meinem Fall ist es ein Wochenendhaus, ein autarkes. Aber mein guter Freund Franz Spreitz hat ein ganzjährig bewohntes Einfamilienhaus, ebenfalls autark. Und gemeinsam haben wir ein Buch geschrieben, das nennt sich Autarkie, Leben in Freiheit. Und ist zu beziehen unter www.autarkie.at. Und wir haben das eigentlich geschrieben, damit möglichst viele Menschen sich so ein autarkes Haus basteln oder kaufen. Und freuen uns sehr, wenn es viele Nachahmer gibt.